Psst, ich habe da mal einen ganz tollen Geheimtipp für euch. Also, im Ortsteil Heimsen von Petershagen an der Heimserstraße 51a findet ihr den Heimserhof. Neben leckeren Kleinigkeiten findet ihr hier frisches Obst mit großen Joghurt und hausgebackenen Kuchen. Wer Besonderes erleben will, geht durch eine dieser beiden Türen. Hier öffnet sich dann ein wahres Paradies für Augen und Gaumen. Ein Steinhof von der Weser entfernt liegt dieser idyllische Gartenbereich. Hier lässt es sich aushalten und ein leckeres Stück Kirschkuchen auf Stracciatella-Boden genießen. Ebenso wie die tolle Aussicht auf die Weser. Das ist auch so der Renner, also der Heidelbeer und der Kirschkuchen. Das ist so der Renner. Und wenn ich dann meinen Apfelblechkuchen mache, dann sowieso. Also damit habe ich ja angefangen. Darum vergiss mein Nicht und schaut kurz rein, wenn ihr in der Nähe seid. Im Heimserhof in Heimsen. Wer noch etwas Zeit hat, besucht gerne die alte Windmühle in Richtung Dören. Wenn ihr Glück habt, wird daran gewerkelt und sie ist geöffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017